Hi, mein Name ist Jonas und ich zeige dir die Features des neuen Prometheus Joint Anhängerfahrrads. Der Anhänger hat eine Reifengröße von 18 Zoll und ist für Kinder im Alter von 5 Jahren oder ab einer Körpergröße von 110 cm geeignet. Ein großartiges Feature ist, dass der Anhänger faltbar ist und sich mühelos mit dem Schnellentriegelungssystem zusammenfalten und wieder auffalten lässt. Das erleichtert den Transport im Auto oder im Zug, falls es mal auf eine längere Tour geht. Der Anhänger hat ein Gesamtgewicht von ca. 9 kg und ist damit wahrscheinlich das leichtste, kleinste und wohl kompakteste Kinder Anhängerfahrrad auf dem Markt. Selbstverständlich ist der Anhänger mit dem Prometheus Sicherheitspaket ausgestattet. Dazu zählt die Glocke, das Lenkerpolster, zertifizierte Sicherheitsgriffe, reflektierende Non-Slip-Pedale, der Kettenschutz, Schutzbleche, die großen Speichenreflektoren und ein Rücklicht. Der Anhänger lässt sich schnell und einfach an fast jedes Fahrrad mit Sattelstütze befestigen. Unser Prometheus Trailerbike ermöglicht Kindern und Eltern den Fahrspaß auch auf längeren Touren. Unser Trailer ist für Kinder geeignet, die sicher fahren können, sehr lange Touren, aber noch nicht alleine durchhalten. So kann das Kind streckenweise mitfahren oder sich einfach ausruhen und die Füße auf den Pedalen ruhen lassen. Auch für verkehrsgeübte Kinder ist unser Anhängerfahrrad wesentlich sicherer. Die Lenkerstange des Kindes ist während der Fahrt fixiert. Nur der Erwachsene lenkt. Und bevor es in den Straßenverkehr geht, vergiss nicht in unserem Shop vorbeizuschauen, wo du passende Schutzausrüstung wie Helme, Protektoren und viel weiteres tolles Zubehör für dein Prometheus Kinderfahrrad findest. Wir wünschen euch viel Spaß beim Radfahren. Solltest du noch Fragen haben oder dir war etwas unklar im Video, schreib uns gerne einen Kommentar oder kontaktiere unseren Kundenservice. Wir helfen dir gerne weiter. Bis zum nächsten Mal.